Moin Moin Kameraden Und ja direkt nach dem guten Frühstück Gehts dann, wo fahren wir heute hin? Nach Jesu noch Ja da fahren wir jetzt dann hin Schauen wir mal was da so geht Da waren wir noch nie Und ja Ein gutes Nutellaboot noch am Start Und dann würde ich sagen Sehen wir sich später Leute Ciao Ciao So Leute hier sind wir jetzt angekommen an den Ort wo mir der Name nicht anfällt sozusagen Und hinter uns der Strand oder das Meer mit einem sehr starken Wind Ich hoffe man versteht alles jetzt hier in diesem Video Und ja Gucken wir mal was wir heute noch so machen Mir ist scheißegal wie dieser Ort heißt Und oah eine Möbel da oben Das war ein komisches Vieh Dann würde ich sagen Sehen wir sich später Leute Bis später Ciao Ciao So Leute hier sind wir nochmal am Strand angekommen Und ja Wir waren in der einen Stadt Ich glaube Jesulu wie das Ding gehiesen hat Und hinter uns Das tolle Meer Ich habe heute mal einen Ausflug hinein Mit der Angel Aber bei diesen Wellen Kann ich nicht angeln gehen Es sind ja wirklich Wellen des Todes schon fast genannt Also Ganz schön starke Dinge Sieht aber saumäßig nice aus Weil die Sonne blende bisschen Aber Super Wetter noch dazu Ich gehe jetzt mal so weit wie es geht Da nach hinten Also in die Richtung nach vorne Sozusagen von euch aus Und schauen wir irgendwo ob eine Bucht oder so zu finden ist Weil dann möchte ich es hier mal mit meinem Glück versuchen zu fischen Schauen wir mal hier vielleicht was es dann geht Dann würde ich sagen sehen wir sich später Leute Bis später Ciao Ciao So Leute hier angekommen An einem besser gesagt tollen Wöltenbrecher Eine Lagune oder sowas Unter dem Flusseinlauf Findest du hier gar nicht Wäre natürlich nur zu schön gewesen Das passiert wenn man einen Fisch versaut Scheiße Boah da hat jetzt was richtig abgezogen Auf jeden Fall Das war wenn ich euch schon mal ein Zeichen Ein Ambiss Hat mir gefallen Naja auf jeden Fall denke ich hier draußen geht was Sieht man ja Mit schönen Witzen Noch schnell an die Angel gerappt Und ja Schauen wir mal was hier heute so geht Ist circa ein Fußlauf von Geschätzt 5-6 Kilometer Leicht Und ja Dann schauen wir was geht Und wir sehen uns später Leute Ciao Ciao So Leute hier sind wir jetzt auf dem Weg zum Joghurt Stand Da holen wir sich einen guten Joghurt Und ohne Hut sehe ich gerade richtig fertig aus Aber was solls Und ja Da holen wir sich jetzt einen leckeren Joghurt Und dann schauen wir mal was heute noch so geht Außer den Joghurt zu schlürfen Oder zu löffeln Dann bis später Leute Aber wir holen uns den Joghurt dran Denn nicht den kleinen So Leute hier habe ich meinen Joghurt Mit Regenbogenstreusel Das andere Zeug schmeckt mir nicht so Aber die Regenbogenstreusel sehen einfach nur Hammer aus Und das Ding werde ich jetzt dann schön in mich verspeisen Und ja Dann würde ich sagen War es das sogar heute schon mit den Videos Denn ich habe mir so gedacht Nö ich laufe heute nichts mehr hoch Ich lege mich da am Penn Also dann Leute Bis morgen Ciao Ciao Ciao